Britney Spears trieb sich am Dienstag bei der Versace Show im Mailand rum. Eigens dafür hatte sie sich in einen sexy Fummel des Modehauses geworfen. Donatella Lederhaut Versace ließ sich nach eigenen Angaben für ihre neue Kollektion von der multitalentierten Britney inspirieren. Und auch das Popprinzessin hatte nur Gutes über ihre Gastgeberin zu sagen. Ich fühle mich so geschmeichelt, du bist so süß, das ist so nett von ihr. Sie ließ mich in ihr Heim, sie ist so nett.